Ja liebe Utofreunde, was läuft da bei Bauer Aussie? Ich habe da eine Gemüsepflanzmaschine auseinander genommen. Ihr seht die vielen Teile die ich da demontiert habe und ich will diese jetzt brauchen um Kürbis zu pflanzen. Ich habe zwei Setzgeräte hier in der Mitte um Pflanzen zu transportieren und hier wieder ein. Das hoffe ich auf jeden Fall, ob es funktioniert, gut funktioniert, werden wir sehen. Sehr wahrscheinlich pflanzen wir diesen Samstag unsere Kürbis. Wir sind spät dran, aber es geht nicht vorher. Wetter und andere Termine haben es verhindert. Das war ja eh ein schwieriger Frühling mit wenig trockenem Wetter und viel Regen. So Bauer Aussie, das hast du gut gemacht. Klatsch!